Dann geht jetzt einfach oben jemand zu Chantala hin, sagt ihr, gib uns Geld und dann verschwinden wir von hier. Wenn wir gerade dabei sind, Kapitän, wie genau habt ihr das eigentlich geschafft, dass Verino zurückgetreten ist? Nun, ich habe ihn einfach gefragt und nach meinen Wünschen mich erkundigt und nun, wie es schien. Also da ist jetzt einfach irgendjemand Hitman, du sagst, gib mir den Hitman-Titel und er sagt, okay. Eine sehr simple Darstellung, wie gesagt, lass mich ausführen. Ich habe nach ihm gefragt, was ihn bewegt, ob er wirklich Interesse hat an diesem Admirals-Titel und nun ja, wie es scheint, hat er kein Interesse gehabt an diesem Amt und als ich ihm versprochen hatte, dass ich ihn bei seinen Forschungen unterstützen würde, nun ja, erfüllte er mir meinen Wunsch und gab mir das Versprechen, von dem Amt zurückzutreten. Oh, das ist schön. Das habt ihr gut gemacht, Abel. Nun ja, ich habe ihn wieder schauen. Schön, dass eine Sache wenigstens einfach war. Nun ja, einfach nicht, denn es ist eine schwierige Verpflichtung. Seine Künste und Forschung sind sehr, nun ja, exklusiv, könnte man sagen. Oh, äh, Jalan, mir fällt gerade auf, du hast da einen gelben Farbfleck. Bist du an eins der Graffitis gekommen? Nein, wir haben gerade versucht, eben Damen wieder aufzupinseln. Ach so. Hat es funktioniert? Hm, nein. Wir arbeiten an... Die Buchstaben sind in der Arbeit. Warten wir erst an, ob wir das funktioniert. Ja. Angrofeminier wird eine wundervolle Arbeit leisten. Ich hoffe, sie wird dir zu teuer, diese Arbeit. Nein, keine Sorge. Ich werde dir über die Schulter schauen. Ihr beide macht über Nachforschungen und... Nun, der Rest tut, was der Rest tut. Nun gut. Noch irgendwelche Sachen? Nein. Nun, dann beschließe ich diese Sitzung und jeder geht seinen Werken nach. Ich trage euch gleich was an der Akademie. Ich werde nicht verschwinden. Okay, dann würde ich einfach sagen, wir beginnen bei Zulamin. Was möchtest du tun? Es müsste eine Woche seit meiner letzten Meditation vergangen sein. Und das war alles sehr aufwührend. Das war der Tempelsex mit Raphim, ne? Ja. Also, stimmt, oder? Ich weiß nicht, wir haben jetzt den 22. Travia. Das müsste dann der 15. gewesen sein. Da sind wir gerade in der Landwahn angekommen, meine ich. Mhm. Müsste hinkommen. Ich glaube, das ist noch keine Woche her. Okay, dann noch einen Tag, oder? Aber es ist mehr als zwei Tage her. Das ist sowieso in diesem Zeitraum. Ich brauche viel Karma. Also warte ich bis morgen. Ja. Musst du sonst mal in deinen Tagebüchern nachgucken, wann du mit Raphim im Tempel warst. Ich war mit Raphim am 15. im Tempel, aber die Meditation war dann irgendwann nachts, morgens. Gut, dann musst du das morgen machen. Gut, dann Schwertkampf auf dem Schiff oder sowas. Oder irgendwie den Mannschaftsmitgliedern zugut zu gehen oder irgendwas anderes vor. Mhm. Muss ja nicht. Sonst vergesst du es mal, aber mehr. Du möchtest mit Bolltags in die Akademie gehen, beziehungsweise in die Universität. Ja, genau. Ich weiß nicht, ob wir die Auspeitschung vorher machen. Die Wahlbüchung vom Vormittag angesetzt, glaube ich. Ähm, ja, Vormittag ist jetzt ja durch. Das Auspeitschen müsste dann ja Jahrland als 1 Uhr machen. Du kannst aber natürlich zusehen, dann kannst du das auch jetzt machen. Eigentlich müsste er bloß 1 Uhr anwesend sein und das macht normalerweise den Brutsmann. Geht die Auspeitschung, aber egal. Ja, also, ja, dann muss halt anwesend sein. Das erfordert zumindest nicht deine. Gut. Ich frage ich aber jetzt was, 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 was ich würde jetzt mit Bolltags in die Universität, beziehungsweise in die Bibliothek gehen. Bolltags und... Dann wollt ihr gemeinsam eine Vorlesung halten, oder wie sieht's aus? Ich stelle mich ganz früh um. Ja. Das können wir machen. Okay. Dann berichte doch gerne mal, wie es in der heutigen Vorlesung mit deinen Elementaren aussieht. Werte Studiosi, heute machen wir etwas ganz Besonderes. Ich habe einen wunderbaren Gast für euch dabei. Einige von euch kennen ihn. Einige von euch schätzen ihn. Den Großen, den Einzigartigen, haben wir Jamorenes geflogen aus. Zwei Gilden. Und jetzt für euch exklusiv in der Schwarzen Gilde. Liegt er aus der Schwarzen auch noch aus? Oh, da hinten. Werden wir sehen. Aber wir sind heute hier, um etwas über eins der wichtigsten Elemente zu lernen. Welche Elemente haben wir bereits durchgenommen? Du da vorne. Wasser am Anfang. Ja. Zigaretten. Das ist kein Element. Für was standen die Zigaretten? Ähm, Gestank? Brültags, Brültags. Ihr müsst die Hat daran nehmen. Abelmir, bitte. Er meint Luft. Ja. Luft. Welches hatten wir noch? Als Jalan da war? Erz oder Humus? Eins von beidem. Es war Humus. Und ganz am Anfang habe ich euch erzählt, was Erz ist und wie der Charakter des Erzes zu binden ist. Und gut, wir haben also noch zwei Elemente übrig. Welche wären das? Du da hinten, Mädchen mit den roten Haaren. Feuer. Ja. Feuer. Und? Was ist das letzte Element, was wir kennen? Kraft ist keins. Es wird aber als siebtes Element gehandhabt. Ah. Und gut. Das ist richtig. Zur Kraft wollten wir heute kommen. Deshalb habe ich Abel mir auch eingeladen. Aber. Davor. Ist noch ein weiteres Element. Ist hier in Al-Anfar nicht so verbreitet. Sondern eher. In den nördlichen Regionen Aventuriens. Aventuriens hat einer eine Idee, worauf ich anspiele? Ja. Selbst die Streberin, die du eben angesprochen hast, kommt nicht drauf. Das finstere Element, das für Tod und Stillstand steht. Nein. Enddunkelheit ist doch kein Element. Bitte dich. Licht ist doch auch kein Element. Nein. Es ist das Eis. Alle schauen gerade sehr ratlos rein. Eis. Ist das das, was sich mein Vater in die Getränke tut? Richtig. Ich glaube, es kühlt. War? Ja. Genau. Das ist eins der wichtigen Elemente. Das werden wir uns in der nächsten Ehrstunde anschauen. Ich bin heute da, weil ich die Expertise von Abelmir schätze und er uns etwas zur Kraft erzählen darf. Abelmir. Nun, die Kraft als siebendes Element, so es denn existiert, ist ursprünglich verortet in der Zitadelle der Kraft. Und weiß jemand etwas über die Zitadellen hier? Nun? Sie sind im Limbus. Nein, sie sind nicht im Limbus. Sie sind teilweise nur im Limbus. Es gibt derische Manifestationen dieser Pyramiden, dieser Städten. Meines ist im Regengebirge. So, so. Nun, ihr habt alle von diesen Zitadellen gehört. Nun, die Kraft als primordiale Kraft. Als Ursprung aller Dinge. Sie ordnet und reglementiert die anderen Elemente. Hey, was hast du denn primordial? Wolltagswiff lernen Sie bei dir nur. Das ist auch nicht im Ursprung. Liegt nicht an mir. Die waren schon so. Naja, fahren wir fort. Nun, die Kraft können alle anderen Elemente regeln, umwandeln. Sie durchdringt alles. Die Sphären. Man sagt, selbst Alvaran ist durchdrogen von ihr. Ich habe eine Frage. Ja? Ist Zeit auch ein Element oder gehört sie zu irgendwelchen anderen? Eine gute Frage. Die Zeit ist keins der Elemente. Sie ist, wie soll ich sagen, eine Entität, könnte man sagen. So wie los. Richtig. Elemente gehen auf Sumo zurück. Aber die Zeit ist etwas anderes. Etwas davon separates. Nun, fahren wir fort. Die Zeit. Beziehungsweise, die Kraft. Was wisst ihr über die Zitadelle der Kraft? Sie ist nicht im Limbus? Ist das alles, was ihr wisst? Vermutung. Äußert eure Hypothesen. Wo könnte sich eine solche Zitadelle befinden? In unserem Körper. Sie lebt in jedem von uns. Es ist eine philosophische Antwort. Sehr weise. Nicht falsch, aber auch nicht richtig. Nun, die uralten Ptolemiden vermuteten, dass Marder die Zitadelle der Kraft zerstörte und dadurch erst nun allen Lebewesen, allen Sterblichen die Manipulation dieser Kraft ermöglichte. Ob es stimmt oder es ist eine Sage, nun, wir wissen es nicht. Und hier kommt eine interessante Betrachtungsweise ins Spiel. Ihr nutzt doch die Sternenkraft, nicht wahr? Um zu zaubern. Ja. Seht ihr, in diesem Wort steckt nicht umsonst Kraft. Genau wie Abel mir es gesagt hat, liegt darin der ursprüngliche Kanalisationseffekt, so dass ihr Magie durchführen könnt. Ich, auf der anderen Seite, beziehe meine Energie, eine Kraft, von den Elementen. Man kann das quasi in einer anderen Hierarchie sehen. Letztlich ist es aber auch nur ein Element, auf das ihr zurückgreift, das ihr zu kanalisieren nutzt. Also die Leute aus der anderen Fakultät sagen, dass Kraft eine Größe ist. Sie ist überall. Es ist richtig. Durch Marders Tat wurde die Kraft freigesetzt und nutzbar für die Sterblichen. Abelmir, ich glaube, er spricht gerade von der mechanischen Kraft. Ja, natürlich, von den Kanonkugeln. Mechanischer Fakultät und die Seekriegsmagie redet auch die ganze Zeit von Kraft. Halten wir eine Vorlese über die Elemente oder über die Mechanik? F ist gleich M mal A. Raus. Was? Das war richtig? Raus. Die Streberinfänger zu heulen. Also, Elemente hat nichts mit der Kraft der Mechanik zu tun. Das sind zwei andere Kraftbegriffe. Aber, und jetzt kommt das Interessante. Ohne das Derische wäre das Überderische nicht denkbar. Und umgekehrt geht nach wie vor auf die Schöpfungskraft der Elemente zurück. Ohne Elemente gäbe es auch keine mechanische Kraft. Denn woraus sollte beispielsweise eine Kanonenkugel sein, wenn nicht aus Erz? Nun, ihr Leben, könnt ihr mir eine Möglichkeit, einen Kantus nennen, der die Kraft manipuliert? Ulminiktus? In der Tat. Nun, noch jemand? Einen, den ihr alle kennt. Einen. Diese Schildbarriere? Fortifex? Ja. Aber, es geht mir um einen Kantus, der so simpel und elementar, verzeiht mir meinen Witz, der so simpel ist, dass ihn jeder von euch als einen der ersten Kanti beracht. Nein, den meinte ich nicht. Aber Flimflorm ist der erste Zauber, den wir lernen. Hm, manche von euch mit Sicherheit. Ich spreche vom Odem. Auch der Odem ist ein Kraftzauber. Er macht die Kraft, die uns umgibt, sichtbar. Als kleine, dünne Feen. Als Geflecht. Und was können wir durch den Odem noch sehen? Kraft? Nun ja, ihr seht die äußeren Ausprägungen dieser Kraft, die uns alle durchdringt. In einer bestimmten Entfernung. Was ist hier denn noch für Zauber? Überlegt einmal. Wie... Man kann sehen, wie von hinten, die das Mädchen mit den rohen Haaren, ist ein verheultes Gesicht. Steht da wohl aber noch am Eingang zum Hörsaal und ruft dann runter. Äh, äh... Destructibur. Wunderbar. Kommt bitte, ihr setzt euch. Und keine Vorlesung mehr über Mechanik. Hier in dieser Runde. Außerdem Auge des Limbus, Destructibur, Fulminictus, Guardianum, Invercano, Magischer Raub, Oculus, Odem, Protektionis, Unitatium, Zauberklinge. Nun, welche beherrscht ihr davon? Nun, die haben wir noch nicht alle gelernt. Einige sind dort von auch verboten. Oder werden hier überhaupt nicht... Den Odem können wir schon. Gut, den Odem, das ist auch der Zauber, auf den ich hinaus wollte. Ihr werdet jetzt alle den Odem auf Abel mir wirken. Und dann sagt ihr mir einer nach dem anderen, was genau ihr seht. Okay, dann, äh, du könntest dich jetzt einmal alle Spieler immuten und dann sagten wir jetzt alle gleich, Odem, Markanum, Senserei, Peter, in Hauch von Zauberei. Auf 3. 3. 2. Beam Diamantis. Odem, Markanum, Senserei, Peter, in Hauch von Zauberei. Hui. Ja, teilweise fangen die Augen bei den Studiosis an zu leuchten, teilweise auch nicht. Äh, andere gucken sehr interessiert, legen den Kopf schief und, äh, andere blicken sich im Rest des Raums umher. Der Ode ist für die um 5er spät, für alle. Warum? Aura verhüllen. Aura verhüllen, du bist ja ein Arschloch. Scheiße. Ja, dann werden sie es wahrscheinlich nicht geschafft haben. Und jetzt geht es darum, wenn sie sich... Und, weil sie sich... Gönnen und watschen, ne, und erwatscht immer in einer. Weil sie sich, äh, auf dich konzentriert haben und nicht auf, äh, die Sicht, weil das halt auch nochmal erschweren, das ist, äh, naja, sie ist halt gar nichts. Loops. Tolles Lernziel erfüllt. Ja. Das war der kognitive Konflikt, den ich aufgeworfen habe. Nun, was seht ihr also? Gar nichts. Hm, gar nichts. Okay, du da hinten, hast du etwas gesehen? Er ist gelogen, aber er ist kein Zauberer. Okay. Aber mir, es tut mir leid, du bist kein Zauberer. Das heißt... Interessant. Interessant. Du bist ein kleines Licht über deinem, äh, Finger schweben lassen würdest. Das wäre vollkommen undenkbar. Wann soll ich das tun? Als Demonstration. Nun, ich muss mir nicht vor ihr Leben beweisen. Nein. Er ist nur Theoretiker. Er kann das gar nicht. Na gut, das... Teilbar kannst du es nicht. Ach, ist das so? Wer war das? Guck ich mal um. Ich deute auf das Mädchen mit den roten Haaren. Nee, nee, sie war das nicht. Aber sie guckt jetzt richtig entgeistert, reißt die Augen auf. Nein, ich weiß das nicht. Das war drüben, Rodriguez. Sie zeigt mit dem Finger auf irgendeinen Typ, der gerade so eine kleine Zigarre im Mund hat. Nun, Rondrio, tritt einmal vor. Da ist Rodriguez. Es ist mir egal. Kommt herunter. Ja, er kommt runter. Nun, ihr behauptet also, ich wäre ein Theoretiker. Er schreckt so ein bisschen seinen Kinn angriffslustig nach vorne. Ja, mein Vater gesagt. Was würde passieren? Nun, was würde euer Vater sagen, wenn ich euch hier und jetzt in einen Haufen Asche verwandeln würde? Du siehst, wie er so ein bisschen anfängt zu zittern und versucht sich ein bisschen selbst zu beherrschen. Er würfelt mal auf selbst zu beherrschen. Und schafft es sogar relativ einfach. Das sage ich meinem Vater. Nun, wenn ihr ein Haufen Asche seid, könnt ihr das wohl nicht mehr tun, nicht wahr? Meister Beutag, helft ihr mir noch oder nicht? Nun, wenn ihr eure Kämpfe beginnt, so müsst ihr sie auch selbst ausfechten. Mein Vater hat gesagt, dass eure Arbeit rein theoretisch ist. So, wer ist denn euer Vater? Ist er eine Koryphäe auf dem Gebiet der Magie? Erobal Florius. Subkommandante. So, ist er ein Magier? Er ist Subkommandante. Er ist also kein Magier. Er ist zu sehr gefahren. Vielleicht solltet ihr eure Informationen von einem Experten einholen und nicht von einem Laien. Mein Vater war schon in der Stadt der Tiefe. Vater sagt, das, was ihr über eure Archen geschrieben habt, war voll jährunfug. So, so. Er war in der Stadt der Tiefe. Interessant. Ich glaube, ich müsste ihn mal... Nun ja, mich mit ihm unterhalten über seine Erfahrungen. Ich gehe einfach zu Oboto, der wird euch einsperren. So tut das. Ach, das hat er schon mal probiert. Nun, lange Geschichte. Gar kein Sinn. Die Vorlesung ist scheiße, ich gehe jetzt. Die Lenz, Jungen. Ja, ich habe ihn gepistet. Ja, er geht auch nach draußen. Gut, machen wir an der Stelle weiter bei Diamantason-Trafim. Habt ihr was vor? Ja, und zwar will ich einkaufen gehen, aber, äh, vorher, hm, wen frage ich denn da? Äh, ja, ich gehe einfach mal aus Zulamin, äh, weil Phasar und so. Äh, Zulamin, sagt, habt ihr zufällig, äh, eine Ahnung von Sklaven? Ähm, inwiefern? Was wollt ihr wissen? Also, natürlich hatte ich im Phasar häufig mit Sklaven zu tun, aber ich habe nicht viel Ahnung, was den Handel und die Preise angeht. Nein, äh, mein Vater hat einige besessen und, äh, im Grunde sind die nun in meinem Besitz übergegangen. Sie arbeiten immer auf der Plantage, aber auskennen mit Sklaven ihrer... Worauf man wirklich achten muss und was für Preise man zahlt, weiß ich nicht. Ich wollte mir mit dem kürzlich erworbenen Geld einen kleinen Jungen kaufen, der mir meine Zigarren entzündet und mir mit meinem Etui hinterherläuft. Aber, wenn ihr euch damit nicht auskennt, seid ihr wohl nicht die richtige Ansprechpartnerin. Nun, mit den Preisen sicherlich nicht. Ich könnte mir vielleicht ein Bild von seinem Charakter machen, denn sicher wollt ihr eine angenehme Gesellschaft, aber ich bin nicht sicher. Wollt ihr das wirklich tun? Echt so? Was würde denn dagegen sprechen? Ich meine, hält ihr uns denn wirklich zur Last? Ich verdiene mehr als genug, um sein, äh, das, was er aufbringt, an Nahrung aufbringen zu können, sollte um das Geld, äh, sollte es um das Geld gehen. Nun, das ist eure Entscheidung. Ich denke, wir bringen schon die Schiffsjungen in Gefahr, aber, nun ja, die Effertkirche hat mir versichert, dass das schon seine Richtigkeit hätte und sie es ja irgendwie lernen müssten. Aber, inwiefern würde ein Sklavenjunge davon profitieren, mit uns zu reisen und eure Zigarren anzuzünden? Ich bin schon seit Lehrern auf der Suche, jemandem das, was ich über die Jahre auf der See gelernt habe, beizubringen. Und wie ich das sehen würde, würde ich den Jungen eher von einem anderen Besitzer retten, als dass ich ihn wirklich besitzen würde. Ich sehe mich als ziemlich gutmütigen Besitzer an Sklavenhalte. Nun, wenn ihr meint, dann bin ich sicher, dass ihr hier in Allanfall die größte Auswahl finden werdet. Vor allem die Moha-Sklaven sollen außerordentlich kräftig sein. Also, ich glaube zwar nicht, dass man wirklich kräftig sein muss, um meine Zigarren zu halten, aber wenn er dann alt genug ist, dass ich ihm zeigen kann, wie man eine Rotze bedient. Kräftig, tatsächlich? Bei uns in Fasa sind Moha-Sklaven ebenfalls sehr beliebt, aber eher wegen ihrer Schönheit. Na, nur auf die Schönheit gebe ich nicht wirklich. Was so weiße, braune, schwarze Haut, im Grunde ist das auch alles dasselbe. Nun, sie gelten als, wie soll ich sagen, recht zierlich? In mancher Hinsicht ähnlich wie ich, nur dass ihre Haut noch ein bisschen dunkler ist. Aber nun ja, seht euch doch einfach mal um. Ich bin sicher, ihr findet, was ihr sucht. Also, begleitet ihr mich zum Sklavenmarkt? Ich denke, zu zweit sind wir in der Stadt auch noch gut aufgehoben. Ich weiß, es wurde gesagt, wir sollten nicht mehr alleine in der Stadt rumlaufen, bei den Feinden, die wir uns gemacht haben. Aber, ich meine, wir müssen nur am Hafen entlang. Der Sklavenmarkt ist ja nicht allzu weit weg von hier. Dann begleite ich euch. Ja, dann könnt ihr aufbrechen. Ihr könnt tatsächlich auch sehen, wie sich vor dem Schiff eine einzelne Basaltfaust hingestellt hat, demonstrativ, lehnt sich dagegen ein, dass der Gebäude und lässt euch allerdings nur mit einem Nicken passieren. Schätzt euch also wohl gerade nicht als Gefahr ein, vor allem nicht, wenn ihr zu zweit seid. So, könnt ihr auf den Sklavenmarkt gehen am Fextempel vorbei und wenn ihr dann in das große Atrium einbiegt, werdet ihr schon von lautem Geschrei empfangen. Viele große Ketten, die hier umherliegen, Werkzeuge, Planen und Wagen, teilweise auch Nahrung und große Holzpodeste, auf denen ihr dann sowohl die Sklaven erkennen könnt, teilweise an Pfeilern, teilweise in Käfigen, teilweise sehr exotisch. Also, kupferhäutige Waldmenschen könnt ihr natürlich auch erkennen. Große schwarze Otulus, sogar auch einige Chemies, die dann mit ihrer doch sehr merkwürdig, sie sind ja gar nicht von so weit her, aber ihre Kultur ist einfach so exotisch, dass sie hier gar nicht reinpassen. Zudem könnt ihr auch für zwei weiteren Protesten noch erkennen, wie da wohl irgendein Orvaler eine Rotte an Orks mitgebracht hat, sogar ein Orkweibchen ist da drunter, allerdings anders gesondert und einige Goblins, die wohl von einem Bornländer mitgebracht worden sind. Also, hier bekommt man eigentlich alles. Was? Ich würde so ein bisschen durch die Gänge gehen, werde natürlich dann auch angepriesen mit den besten Sklaven, die man hier so bekommen kann. Teilweise wurden auch Horasia noch gefeilscht, ob das wirklich Horasia sind, ist natürlich die Frage, aber gerade so einige Zyklopäer, die man gut als Hauslehrer benutzen könnte, wenn man dann die Kinder lehren möchte oder sowas. Also, je nachdem, was ihr vorhabt, werdet ihr was finden. Ja, vor allem bei den Giffigen mit den Goblins bleibe ich einmal kurz irritiert und neugierig stehen. Vor allem bei mir dieser doch eigenartigen Biester von vorne bis oben an. Zulamin, kennt ihr diese? Kommen die bei euch aus der Heimat? So, das Menschen? Ich bin haarig für Menschen, oder nicht? Ah, ihr habt ein gutes Auge. Kommt dran, kommt dran, aber seid vorsichtig, sie werfen manchmal mit Kacke. Das sind Goblins. Ist das eine Art Affe? Äh, nee, das sind Goblins. Sie sind so wie Orks, nur in Rot. Ah, und etwas kleiner, oder? Ich habe gehört, Orks wären sehr groß und muskulös. Äh, Orks findet ihr drüben. Das sind kleine, lange Arme. Sie können überall reingreifen. Und sie haben ein gutes Gebiss. Man kann sie zum Putzen benutzen. Bei uns im Festturm putzen sie in den Gassen. Da. Ah, aus Festturm kommen die also von so weit im Norden? Äh, nicht. Ich komme aus Festturm. Da gibt es andere Goblins, aber die darf ich nicht nehmen. Die sind aus der Wildnis. Sie sind noch nicht gezähmt. Du müsst sie kräftig schlagen. Ich glaube, das ist nicht ganz das, was mein Begleiter möchte, oder doch? Nein, ich glaube auch nicht. Sind die denn noch für irgendwas gut, außer zu putzen? Ich meine, da muss man sich ja kein solches Fellknoll anschlafen. Arena. Gut in der Arena. Gebt ihnen ein Speer. Äh, im Dutzend billiger. Die vermehren sich wie Scheiße. Nein, das ist bestimmt nicht das, was ich suche. Wir können bereits mit zwei Jahren kämpfen. Wenig Ausbildungszeit. Da. Nein, nein. Kämpfer bricht bestimmt nicht. Ich gehöre nicht davon aus, dass ihr Mohas in eurem Sortiment führt. Niet. Mohas gibt es nicht, wo ich jage. Es ist gefährlich, wenn ich in Festturm mit den kleinen Büschelchen aufbreche. Man muss gute Schmuggler kennen. Außer hier kriegt ihr keine Goblins. Gut, dann habe ich ein gutes Geschäft noch, aber wir werden nicht zueinander kommen. Wenn ihr es euch überlegt, dann fragt nach Igor. Igor, in Ordnung. Ich werde es mir merken. Ja, und so streune ich weiter an den Käfigen entlang, bis ich bei einem, ja, kleinerem Moha-Sklaven lande, etwa so 12, 13 Jahre alt, den ich mir dann genauer Muster auch ein bisschen an die Schäbe klopfen, um einfach mal seine Reaktionen abzupassen. Vielen Dank.